Hallo Matthias, ich bin's, Michael. Ich wollte noch fragen, ob er nicht zu uns am Sommerfest kommen möchte und... Hallo Matthias, ich bin's. Ich wollte nur sagen, also wenn ihr Lust habt, könnt ihr... Dann könnt ihr am Sommerfest kommen, also nur wenn der Preis nicht zu hoch ist, weil... Ich möchte nicht, dass der Preis zu hoch ist, weil... Das ist sonst... Also steht da noch eine Nummer? Im Internet kümmere ich auch, aber... Matthias, ich geb dir jetzt mal die Nummer vom Wohnhang durch und du kannst mich ja zurückrufen, ja? 0 6... Ne, Quatsch. Also... Ja, ne, ich geb dir ganz formal. Hallo lieber Matthias, ich bin's, Michael. Geil. Ich wollte nur sagen, du kannst mich ja mal zurückrufen. In dem Arm muss ich dir ja schon mal geben. 0 6 9... Und dann... 8... 2... Ja? Ruf mich an. Also Matthias, du musst mal kurz, ich muss jetzt weg. Ich muss noch was sagen, aber er ruft mich an, ja? Tschüss. Mach's gut, Matthias. Tschö. Ja, ich bin's, Michael. Ich wollte euch noch sagen, ich wollte mich sehr freuen, wenn ihr zu unserem Klammerfest kommen würdet, also kommen könntet. Und... Und ich wollte mich sehr freuen, wenn ihr näher kommen könntet. Und... Äh... Naja, ich freu mich, äh, wenn ihr kommt. Und ich geb dir jetzt elf nochmal nochmal durch. Das ist die... Ja? 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 Ruf mich an? Okay. Mach's gut, Matthias. Bis dann. Und... Und denk dran, ja? Das... Ich muss jetzt mal kurz vom Olli anrufen, weil... Vom anderen Olli. Mal fragen, wie's dem geht. Vom anderen Idiot. Mal schon. Ich hoffe, wir sehen uns. Und... Ich werde mit dem Ralf sprechen, ob ihr kommen könnt. Und... Und... Naja, dann macht's mal gut, ne? Tschö. Hallo Matthias, ich bin's, Michael. Ich wollte nur sagen, mir geht es sehr gut. Und eure CD ist auch sehr wunderbar. Wenn du Lust hast, ruf mich dann mal zurück. Bei der Nummer... Ja? Ruf mich mal zurück. Kannst ja machen, ich bin ja da. Also ich bin ja... Tag und... Ich bin ja Tag und Nacht da. Naja, das war's eigentlich. Und... Und, äh... Wenn ihr wollt könnt, wenn ihr am Sommerfest spielt. Also... Also nur wenn der Preis nicht so hoch ist, ja? Also... Müsst ihr mal gucken, ob ihr kommen könnt, okay? Matthias, ruf mich mal zurück, ja? Tschö. 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 Hallo. Hallo, äh... Sebastian. Jetzt ist ein Freund Michael. Ich wollte nur sagen... Äh... Du kannst mich ja mal anrufen... Von der liebe Bekannten Nummer... Null... Ne... Acht... Ja? Ruf mich mal an. Meld ich den dritten Stock und sag... Meld ich den dritten Stock und sag... Einmal nur, du müsstest mich als... Okay? Mach's gut, Sebastian. Bis bald. Und viel Spaß hier. Und wenn ihr wollt, könnt ihr zusammen mal festkommen. Bitte nicht den Preis hochschießen. Weil... Sonst... Soll mich mit dem Preis nämlich nicht hin, ja? Tschö. Mach's gut. Äh... Ihr U-Bahn-Kontrolleure. In tiefgefrorenen Frauengladen. Tschö. Und grüßt mir die anderen. Sebastian, und grüßt mir die anderen, ja? Und die CD ist auch geil. Die ist super. Also... Ich hab die gehört. Die ist super. Also... Ich kann ja sagen... Spitz ist die. Ja. Also dann... Mach's gut. Und... Ruf mich zurück, ja? Mach's gut, Sebastian. Bis bald. Ruf mich zurück heute Abend noch, ja? Wenn das irgendwie geht. Tschö. Und vergiss nicht... Anzurufen, okay? Du hast einmal nach dem dritten Stock zu fragen, ob mich ein... Ja. Tschö. Mach's gut. Tschö. Ich kann... Ich muss das auch ein... Ob ich die Oma noch erwisch... Tschö. Schmälz ist! Schmälz ist! Schmälz ist! Vielen Dank. 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 Vielen Dank.